Die Männer hängen an deiner Kutsche. Diese Männer haben gedroht, meine Frau zu vergewaltigen. Der Bürgermeister erwartet dich. Wo ist Bürgermeister Thomas? Bischop ist jetzt Bürgermeister. Hallo, Roy. Ich hab sie in Galveston vermisst. Drei junge Männer wurden getötet. Ich hab keinen umgebracht. Das sollten Sie doch wissen, Freund. Los kommen Sie. Heute nicht. Wir gehen jetzt. Ich sagte heute nicht. Ich habe soeben erfahren, dass mein Bruder ermordet wurde. Ich geb Ihnen einen Tag im Gedenken an Ihren Bruder. Spielen Sie kein falsches Spiel. Wenn du gewinnst, lebst du weiter. Wenn nicht, werde ich Gott spielen. Deck auf. Steig wieder aufs Pferd. Bringen wir das zu Ende. Bringen los! Bringen los! Bringen los! Untertitelung des ZDF, 2020